Ich bin sehr beeindruckt, wie voll es hier ist, aber es ist natürlich nicht wirklich verwunderlich, weil das Thema Boden liegt ja auf der Straße, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die Situation ist im Übrigen gar nicht neu. Schon im Jahr 1817 hat der britische Nationalökonom David Ricardo festgestellt, dass die Grundeigentümer Nutznießer der Knappheit sind, weil in einer wachsenden Volkswirtschaft der Boden der einzige nicht vermehrbare Produktionsfaktor sei. Zitat, es gibt einige Güter, deren Wert ausschließlich durch ihre Knappheit bestimmt wird. Berlin ist eine wachsende Stadt, keine Frage. Die Bodenpreise steigen in die Höhe, Spekulation wächst. Das ist auch kein neues Thema, es ist nur für Berlin ein neues Thema. Und weil vorhin die Rede davon war, was wir seit zehn Jahren hier in Berlin erreicht haben, also vor zehn Jahren war 2008, exakt vor zehn Jahren begann die Finanzkrise. Vor zehn Jahren begann auch in der damaligen Rot-Roten Koalition die Diskussion über eine neue Liegenschaftspolitik. Die hat sich dann übrigens noch zwei Jahre hingezogen. Erst im Jahr 2010 hat es einen Abgeordnetenhausbeschluss gegeben zur neuen Liegenschaftspolitik, der übrigens damals nach Kräften nicht umgesetzt worden ist von den damaligen Senatsverwaltungen. Das steht aber auf einem anderen Blatt. 2011 hat die Initiative Stadt Neudenken mit der Forderung nach einem Moratorium für den Ausverkauf städtischer Flächen im Prinzip das Thema auf die politische Agenda gesetzt. Und obwohl es seit 2012 eine rot-schwarze Koalition gab, ist der Grundstücksverkauf damals schon sehr stark eingeschränkt gewesen. Der Runde-Tisch-Liegenschaftspolitik ist an den Start gegangen. Er hatte gerade vor wenigen Tagen seine letzte Sitzung. Seine 25. Sitzung ist natürlich nicht die letzte, es war die 25. Das war eine Jubiläumssitzung. Und diese Koalition, die seit Ende 2016 regiert, hat sich tatsächlich eine liegenschaftspolitische Wende auf die Agenda geschrieben. Und ich glaube, wir sind auch schon ein ganz schönes Stück weit dabei gekommen, wenn man sich mal überlegt, dass wir hier gerade mal anderthalb Jahre regieren. Also, der Verkauf öffentlicher Grundstücke ist eingestellt, so gut wie. Wir haben bei Vergaben aufs Erbbaurecht umgeschaltet und gerade vorige Woche hat der Senat beschlossen, dass die Erbbauzinsen halbiert werden sollen. Wir haben einen Ankaufsfonds geschaffen über die Mittel, die wir aus den Haushaltsüberschüssen haben und haben das Thema Flächenankauf auf die politische Agenda gesetzt. Wir nutzen das Vorkaufsrecht in Milieuschutzgebieten. Wir nutzen das Vorkaufsrecht in Vorkaufsrechtsgebieten, die jetzt sozusagen alle nach und nach entwickelt werden. Es gibt seit kurzem ein Sondervermögen Daseinsvorsorge, was mehr oder weniger ein Bodenfonds sein könnte oder werden könnte. Darüber kann man reden. Seit 2015 klastern wir sehr systematisch die landeseigenen und die bezirklichen Grundstücke, um zu schauen, was ist für welchen Zweck tatsächlich am besten geeignet. Und wir haben wichtige, wenn auch nicht nur gute Erfahrungen mit Konzeptverfahren gesammelt, die jetzt darin einfließen, Konzeptverfahren, Vergaben zu verändern. Also wenn man einfach nur diesen kurzen Rückblick macht, dann sieht man, wir sind schon ganz weit unterwegs. Einer der wichtigen Motoren für die neue Liegenschaftspolitik waren die neuen Liegenschaftsakteure. Nicht nur der Runde durch Liegenschaftspolitik, seien es die neuen Genossenschaften, sei es das Mietshaussyndikat, allen denen muss man sozusagen dafür danken, dass sie der Politik Beine gemacht haben und allen denen, sei auch gesagt, ihre hohen Erwartungen wollen wir gerne erfüllen, auch wenn es in manchen Dingen durchaus nicht nur rechtliche, sondern auch inhaltliche Differenzen gibt. Die muss man dann auch austragen. Aber miteinander zu arbeiten und sozusagen den Schwung zu nutzen, das ist uns sehr wichtig. Der Druck auf die Stadt und ihren Boden ist nicht nur sehr hoch, sondern er steigt auch permanent. Er steigt immer weiter. Es ist nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie was geschafft haben und uns zurücklehnen können. Wir müssen also schauen, ob die Antworten, die wir bisher schon gegeben haben, ob die ausreichen, ob sie präzisiert werden müssen, ob wir uns auf neue Felder bewegen müssen und wie wir von anderen Städten lernen können. Da ist natürlich München und Frau Thalgott ist dann sozusagen immer die allererste Adresse. Und es wird ja immer noch Hans-Jochen Vogel zitiert, der sagt, in seiner Amtszeit hat er sozusagen bodenpolitisch unglaublich viel auf den Weg gebracht und trotzdem sind die Grundstückspreise um, ich weiß gar nicht mehr, 1600 Prozent oder was auch immer gestiegen. Es besteht also offensichtlich, gibt es einen Mechanismus jenseits der Stadtpolitik, möglicherweise auch jenseits der Bundes- und Europapolitik, mit dem man sich sehr intensiv beschäftigen muss. Was ist aus meiner Sicht besonders wichtig? Erstens, nicht andere den Berliner Boden vergolden lassen, sondern die Bodennutzung gemeinwohlorientiert ausrichten. Spekulation ist eine Bremse der Stadtentwicklung und deshalb bin ich als Stadtentwicklungssenatorin natürlich schwer daran interessiert, dass Spekulation gebremst wird. Am besten gelingt das, wenn wir weniger renditestarke Nutzung planerisch schützen und wenn der Boden sich mehrheitlich in den Händen gemeinwohlorientierter Akteure befindet. Und gemeinwohlorientierte Akteure, das können jetzt viele sein, das muss nicht nur die Kommune sein, das können sozusagen Wohnungsunternehmen sein, das können Stiftungen sein, das können Genossenschaften sein, eben alle solche Akteure, die sich eben nicht die allerhöchste Rendite auf die Fahnen geschrieben haben. Was ist noch wichtig? Wir müssen das eigene Tafelsilber, also unseren eigenen Boden besser nutzen. Wir müssen minder ausgenutzte Grundstücke besser ausnutzen. Wir müssen Grundstückspotenziale aktivieren, auf unseren Flächen tatsächlich die Nutzungen ermöglichen, die uns am besten, am wichtigsten sind. Wir müssen das Tafelsilber besser polieren. Das heißt, wenn wir Grundstücke an Dritte geben, an kommunale Wohnungsbaugesellschaften, dann sollten wir das schnell und unkompliziert tun. Wenn wir Genossenschaftengrundstücke geben wollen, dann sollten wir das im Wege der Direktvergabe zum Festpreis über einfache, schlanke Verfahren machen. Das sind alles sinnvolle Dinge. Wir müssen unsere Handlungsfähigkeit zurückgewinnen, sowohl als Planungspolitik als auch finanzpolitisch. Wir müssen über Bodenbevorratung wieder reden. Nachdem Berlin ja einen Ausverkauf seiner städtischen Flächen erlebt hat, ist jetzt vollkommen klar, dass wir zusätzliche und neue Flächen brauchen. Wir müssen überlegen, wie man die steuerlichen Instrumente auf Bundesebene, da sind wir ja in gewisser Weise beteiligt, da wird Herr Kollatz was zu sagen, wie man die auch einsetzen kann für gemeinwohlorientierte Bodennutzung. Und last but not least, Planungsinstrumente konsequent anzuwenden, um Bodenwertsteigerungen entweder zu bremsen oder Bodenwertsteigerungen aus der Planung dann auch abzuschöpfen. Das sind Dinge, die die Berliner Verwaltung inzwischen wieder intensiver einübt und die wir vermutlich auch noch in größerem Umfang anwenden müssen. Und wo wir, da wir ja zweistufig aufgestellt sind, auch in den Bezirken sozusagen ein gemeinsames Verständnis davon brauchen, was wir da machen. Also wir können nicht eins plus zwölf Bodenpolitiken in der Stadtplanung machen in Berlin, wir müssen eine Bodenpolitik in der Stadtplanung machen. Wenn ich mir also das heutige Stadtforum vor Augen halte, dann denke ich, wir wollen Einblicke geben in das, was läuft, was gut läuft und was nicht so gut läuft. Wir wollen die vorhandenen Ansätze uns genau danach angucken, inwieweit sind sie tauglich für die Fragen der Zukunft. Und wenn es neue Ansätze heute hier gibt, dann bin ich natürlich darüber sehr froh. Und wir wollen diese Gelegenheit, dass wir tatsächlich ein so großes Stadtforum haben, nutzen als Meilenstein dafür, dass wir mit der Fantasie und den Erfahrungen der Stadtgesellschaft gemeinsam daran arbeiten, die Steuerungsfähigkeit auf den Bodenmärkten und in der Bodenpolitik zurückzugewinnen. Schritt für Schritt, mit großer Ausdauer und konsequent. Das ist nicht nur vergnügungssteuerpflichtig, aber das ist für unsere Zukunft unverzichtbar. Vielen Dank. Vielen Dank. Applaus